Radio SAW, Angie fast allein zu Haus, die Kanzlerin ganz privat. Joachim, Frühstück schaffe ich heute nicht mehr. Du? Ich habe mir mal Gedanken zur Bundestagswahl gemacht, beziehungsweise zu meinem Abschied. Ich weiß noch gar nicht, welche Songs das Musikchor der Bundeswehr spielen soll. Was gab es denn bei Schröder? Weißt du nicht mehr? Schröder hatte doch Sinatra's My Way spielen lassen. Könnte ich mir natürlich auch für mich vorstellen. Wenn ich thematisch was ähnliches möchte, ginge natürlich auch Ich mach mein Ding von Udo Lindenberg. Wobei Präsenz natürlich doof ist. Oder besser für ein Mädchen wie mich. Ich mach mir die Welt, bitte bitte, wie sie mir gefällt. Dann hatte Gerd noch aus der Drei-Groschen-Opa den Mackie-Messer-Song. Aber ganz ehrlich, jetzt schon die AfD feixen wegen Flüchtlingskrise und so. Hm, Abenteuerland von Pur ist doch auch schön. Oder Springsteen. Born in the Uckermark. Äh, stimmt ja gar nicht. Ich bin ja in Hamburg geboren. Ja, ich komm ja durch. Was ist das auch nicht, mein Joachim? Auch wenn DJ Ötzi anruft. Ich wollte Angela aus Tirol rechtemäßig mal anfragen. Moin Pofalla. Guten Morgen, Schönste. Ich hab meine Hausaufgaben gemacht und präsentiere ein paar Lieder für ihren Abschied im September. Na, da bin ich auch gespannt. Also, wie wäre Bad von Michael Jackson? Au, warten Sie. Kommt noch besser. Wenn es Sinatra sein soll, wäre doch Fly Me To The Moon toll. Halt, bevor Sie ein. Ich meine zuschlagen. Ich hab noch einen. Gib doch bestimmt ne Party, wenn Sie abdanken. Da passt doch was Malle-mäßiges wie. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. La, 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 la. Au. Ich konnte nicht anders. Angie fasst allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Super Hits fürs SAW-Land.